Hallo liebe Freunde und willkommen zu diesem Pokémon-Tutorial. Ja, Spaß beiseite, es ist tatsächlich eins, in gewisser Weise, und zwar geht es hier um Web-Abfragen. Ja, also um das Web-Scrapen, das heißt das Abfragen von Daten aus dem Internet. Und ich bin da über eine interessante API gestolpert, das ist die Poké-API, nennt die sich. Und diese API, oder API, je nachdem wie ihr es benennen wollt, enthält Informationen über alle Pokémon. Und auch über die verschiedenen entsprechenden Versionen und Editionen und so weiter, da gibt Angriffspunkte und andere Geschichten. Ich habe das schon mal geöffnet und so sieht das Ganze aus. Also ziemlich, ja, weitreichend hier an Informationen. Und das hier, nur als Hinweis, ist nur für das Pokémon Nummer 1. Also nur für entsprechend hier Bisa-Sam ist das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Weil das Ganze ist eine englische API, also sind die Informationen natürlich auf Englisch, aber dennoch ganz interessant. Und wenn man sich jetzt diese Daten entsprechend abziehen möchte, also hier von dieser API, kann man das kostenlos tun. Und zwar, ich nehme hier Jupyter, aber ihr könnt jeder andere, jeder anderen Editor verwenden in Python. Und was ihr braucht, ist eigentlich nur diese URL. Und dann müsst ihr halt bei der URL dann entsprechend hier noch das Pokémon selber mitgeben. Also 1 wäre jetzt hier für das erste, 2, 3 und so weiter. Und das geht eben dann, je nachdem wie viele Pokémon es gibt, also keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie kann man das jetzt tun? Also ihr braucht eigentlich nur eine einzige Bibliothek im Wesentlichen, und zwar die Requests-Bibliothek. Also Import Requests, so, die sollte auch standardmäßig schon immer installiert sein. Falls nicht, könntet ihr entsprechend auch einfach das Ganze über PIP installieren. Also PIP Install und dann Requests, ja, da könnt ihr das entsprechend ausführen. Entweder hier direkt in Jupyter Notebook, dann wäre es mit diesem Ausrufezeichen. Oder wenn ihr das entsprechend bei Python im Verzeichnis lokal macht, oder über die Kommandozeile, dann braucht ihr das Ausrufezeichen nicht entsprechend, ja, gut. So, also ihr installiert das halt, dann müsst ihr es importieren, also kann ich es einfach mal ausführen, dann ist es schon da, und jetzt kann ich das einfach entsprechend dieser API abfragen. Also ich kann jetzt hier sagen, einfach, dass meine Abfrage, Abfrage ist gleich, und dann einfach Requests, Requests.get, also Get ist eine Art von Abfrage, wenn man eben nur Daten zurückgeben möchte, und dann kann man sich einfach diese URL hier nehmen. Also das kann ich jetzt hier, Steuerung C, um das zu kopieren, und dann füge ich das hier ein, ich nehme das Ganze als Raw String, deshalb setze ich ein R davor, und füge das einfach hier ein. Ich muss nur aufpassen, dass ich halt hier entsprechend dann auch entsprechend ein, ja, Pokémon auswähle. Jetzt weiß ich leider nicht, was Pikachu genau ist, ich glaube irgendwas in den Zwanzigern von den Nummern her, aber ich nehme jetzt einfach mal die 1, weil ich weiß es nämlich nicht. Und dann eben schließe ich das Ganze nochmal mit einem Anführungszeichen, jetzt im Einfachen. Ihr könnt auch Doppelter nehmen für beide, wenn ihr wollt. Und dann kann ich die ausführen, und die Abfrage war erfolgreich. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, was da drin ist, das Ganze ist ja in JSON formatiert, das kann ich aber in ein Python Dictionary konvertieren, und zwar Abfrage, Abfrage, muss natürlich nicht schreiben, und dann Punkt JSON. Das ist mein Ergebnis, entsprechend, wenn ich das ausgebe hier, bekomme ich hier entsprechend das Ganze als Dictionary, und sehe jetzt hier auch verschiedene Abilities, also Fähigkeiten, Name, ich sehe hier noch eine URL dazu, und so weiter. Also hier irgendwas von Chlorophyll, und hier Bulbasaur, das ist entsprechend der Name von Bizar Sam in der englischen Version. Und dann seht ihr halt hier verschiedene Dinge über den Indizes, über die Versionen, wo das vorkam, und so weiter. Also wir hatten ja gesehen, das ist unglaublich viel Information hier drin, aber so wäre das auf jeden Fall möglich, eben hier zu kommen. Und dann kann man sich das da auch ausgeben lassen. Also das ist ja ein Dictionary, also wenn ich jetzt hier sage Punkt Keys, zum Beispiel, das weiter noch ausführe, dann bekomme ich hier die ganzen Keys dazu, und sehe dann entsprechend, was da in Informationen drin ist. Also hier Abilities, Base Experience, Forms, und so weiter. Ja, also es gibt ja hier ein Name, also wenn ich entsprechend das Ganze hier ausführe mit Name beispielsweise, haben wir ja hier, muss man mal schauen, was dann da genau drin ist, also wahrscheinlich der Name selber, aber was könnte da noch drin sein, schauen wir da einfach mal nach. Also wählen wir das mal aus, Name, und sehen dann entsprechend, ja gut, der Name ist halt drin. Könnte man auch erwarten, es gibt ja keinen zweiten Namen jetzt hier. Aber, wie gesagt, ihr habt ja gesehen, bei den Keys, da ist einiges dabei, also von Keys nochmal, also einiges an Informationen, Spezies und so weiter. Also, falls ihr das irgendwann mal braucht, oder wenn ihr einfach nur eure Python-Kenntnisse oder Python-Kenntnisse ein bisschen trainieren wollt, und vielleicht Daten abfragen wollt, dann könnt ihr diese API nutzen, ja, weil die ist kostenlos, da braucht man auch keinen Schlüssel oder so etwas dafür, was ganz nett ist, und, ja, kann da entsprechend ein paar Informationen abgreifen. Gut, das war's für dieses Video zu Python. Also, ich hoffe, das war interessant, und ich kann euch nur dazu ermutigen, probiert das doch selbst mal aus, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die gerne stellen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr mehr sehen wollt, dann wie immer, Daumen nach oben, und dann entsprechend auch noch nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank dafür, bleibt gesund, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute!